. . . . . Ich glaube, ich nutsch' dein Elch. Seht mal, wer plötzlich die Führung übernommen hat. Die sausende Daisy. Daisy, mach den Mickey-Trick, den ich dir gezeigt hab. So kommst du sicher ganz unten an. Schöne große Schwünge. Alles klar. Ich krieg's hin. Ich bin nicht so gern unhöflich, Ladies, aber ich will das Rennen nicht verlieren. Ich möchte nicht schnell fahren. Ich möchte langsamer fahren, viel langsamer. Daisy, das ist der perfekte Zeitpunkt für den Schneepflug. Alles klar. Geschafft! Vorsicht! Oh nein! Huckel! Daisy! Mach den Mini-Trick los! Du musst wegeln! 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 Okay, ich versuch's! Links! Rechts! Oh, rastiger Eimer! Juhu! Ich muss das loswerden! Gar nicht, Suppi-Suppi! Du schaffst das, Daisy! Wow, das nenne ich ein fantastisches fliegendes Ende von der heutigen Gewinnerin, der sausenden Daisy! Ich gratuliere, Daisy! Der Frostmokal gehört dir! Aber ich wollte gar nicht an dem Rennen teilnehmen. Ich nehm ihn! Ich nehm ihn! Ich nehm ihn! Ich nehm ihn! Auf Disney Junior! Auf Disney Junior!